Es ist definitiv wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Ich habe das Gefühl, das letzte ist ein Jahr her. Also ich habe so viele Produkte hier gerade vor mir. Es ist unglaublich. Deswegen fangen wir einfach gleich an. Ich beginne heute mit Make-up und ich habe einiges an Make-up aufgebraucht. Yay! Es ist halt wirklich für mich schwer, irgendwie Make-up aufzubrauchen. Und ich habe auch diese blöde Art an mir, das finde ich was richtig gerne mag. Ich das benutze und benutze und dann irgendwann denke so, ja, ich benutze es mal was anderes, aber ich benutze es jetzt nicht auf. Und dann ist quasi noch so viel drin und das war es dann. Und irgendwann werden die Produkte ja auch schlecht. Also versuche ich mir gerade anzugewöhnen, die Sachen wirklich aufzubrauchen und dann sind sie halt weg und dann muss ich es mir aufschreiben und dann muss ich sie nachkaufen und in der Zeit was anderes aufbrauchen. Aber lasst das nicht eure Sorge sein. Die ersten beiden Produkte sind zwei Day-Mascaras von Kes. Das ist im Alltag und auch so eigentlich eine meiner allerliebsten Mascaras geworden, obwohl das so eine typische Plastikbürste hat. Aber irgendwie ist die Bürste nicht so hart wie andere und deswegen stehe ich mir da nicht so in die Augen. Und das Ergebnis ist einfach so schön. Die macht ultra schwarze Wimpern. Die haben Definition. Und wofür ich die am allermeisten mag, ist, dass ich die an den Augen vertrage. Also in meiner Allergie-Hochzeit vertrage ich wirklich sehr viele Mascaras gar nicht. Die Augen drehen die ganze Zeit und bei der Mascara habe ich das wirklich gar nicht. Deswegen habe ich die immer, immer, immer in meiner Kollektion. Und dann habe ich ein Puder. Da war Gott sei Dank nicht mehr viel drin. Aber trotzdem bin ich unglaublich traurig. Und zwar ist das jemandem runtergefallen. Und das war dann in tausend Stücke zerfallen und das war auch nicht richtig zu. Das heißt, es ist halt komplett auf dem Boden gelandet und ich konnte nichts retten. Aber wie gesagt, Gott sei Dank war da jetzt eh nicht mehr so viel drin. Dennoch sehr, sehr traurig. Das ist nämlich mein allerliebstes Puder, was gepresst ist. Das ist von Charlotte Tilbury. Das Airbrush Flawless Finish Powder. Oder ich habe die Farbe Medium 2. Im Winter benutze ich die 1 tatsächlich. Und ich finde, die Farben müssen auf jeden Fall ausgeweitet werden, weil, dass ich die 1 trage, schwierig. Aber an sich, wow. Also das ist so, für ein gepresstes Puder ist das so fein gemahlen. Ich kenne kein anderes, was so fein gemahlen ist. Ohne, dass es sofort kaputt geht, ist es halt wirklich runtergeschmissen worden. Da kann das schon mal passieren, wenn nicht mehr viel drin ist. Aber das sieht auf dem Gesicht so schön aus. Man sieht nicht so kreideartig aus. Und das Gesicht ist wirklich schön abmattiert. Aber mit so einem leichten, satinierten Finish, ohne dass es zu trocken aussieht. Auch für meine, gerade im Herbst, Winter eher trockene Haut, toll geeignet. Also kaufe ich immer, immer, immer nach. Als ich in Palma war, im Heboa, habe ich mir das auch in Klein nochmal nachgekauft. Da hatten die das nämlich in Klein. Und das ist perfekt auch für unterwegs. Und ich glaube, es gibt davon jetzt mittlerweile auch Refills. Dann habe ich ein Augenbrauenprodukt. Das sind die Produkte, die bei mir am allerschnellsten alle gehen. Das ist von Zoeva, der Remarkable Brow Pencil der Farbe Medium Brown. Ich mag den sehr gerne. Ich finde, bei Augenbrauenprodukten gibt es sehr schöne, günstige Produkte, die total mithalten können mit teureren Produkten, teilweise sogar besser sind. Und das hier ist eins davon. Das ist nicht super teuer, aber funktioniert genauso wie die Luxusprodukte. Ist ein ganz, ganz, ganz dünnes, ganz dünner Stift. Medium Brown hat mir auch super gepasst. War nicht ganz so warm wie viele Medium Browns, sondern so ein schöner, neutraler Ton. Eher härter von der Konsistenz. Das heißt, wenn man wirklich so Härchen nachzeichnen will, super geeignet. Und auch das Bürstchen hier, da ist eigentlich noch ein Deckel drauf, funktioniert auch super. Also würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Und das letzte Make-Up-Produkt, seid ihr stolz, ist von Lila Bee. Das ist Bee Elegant Tinted Lip Oil. Das waren mit die ersten, die diese Lip Oils rausgebracht haben. Ich fand das total toll von der Idee, etwas zu haben, was super pflegend ist, ganz viel Glanz bringt und auch noch Farbe hat. Und in dem Fall hier auch noch pflegt. Und habe ich das nicht gerade schon gesagt? Auf jeden Fall, die Farbe fand ich total schön. Es ist schon etwas dunklerer Braunton, Mittelbraunton, leicht pühl oder neutral, würde ich sagen. Ich fand das richtig toll. Und das ist ganz typisch für, ich hebe mir den Rest auf, wenn ich es nochmal unbedingt benutzen möchte. Und dann wollte ich es letztens benutzen. Und es ist komplett gekippt. Und es riecht so nach irgendwas beim Zahnarzt, was die benutzen. Irgendwas zum Desinfizieren oder irgendwie so ein Mittel. Also ja, und das ist nicht günstig gewesen. Ich weiß nicht, ob es Lila B. noch gibt. Ich habe, glaube ich, mal irgendwo gehört, dass die Firma nicht mehr existiert, was ziemlich schade wäre, weil ich die Produkte sehr, sehr schön fand. Aber vielleicht findet ihr sie dann bei TK Maxx oder so. Dann haben wir einige Haarprodukte, die alle gegangen sind. Und auch das passiert bei mir eher selten. Aber alles Produkte für nach der Haarwäsche. Und zwar ist das einmal von Kerastase das Mousse Buffon Luxurious Volumizing Mousse Stronghold. Und das finde ich wirklich. Letztens war ich wieder für meine Fusio-Dose-Behandlung in einem Salon. Wenn ihr das nicht kennt, Fusio-Dose besteht aus zwei Teilen. Und das ist so gemacht, dass ihr dann quasi ganz individuell aussucht, ich benötige ein bisschen mehr Pflege und habe koloriertes Haar oder wie auch immer. Also ganz individuell auf euer Haarbedürfnis abgestimmt. Wird das dann gemixt, diese beiden Teile und dann in die Haare gegeben. Und meine Haare sind momentan, ich glaube auch sehr viel hormonell bedingt, sehr strapaziert. Und ich gebe mir wirklich sehr, sehr Mühe. Und ich weiß, würde ich mir nicht diese Mühe geben, wäre es noch viel schlimmer. Aber deswegen liebe ich diese Treatments regelmäßig. Auf jeden Fall hat der Friseur dort auch das benutzt und meinte auch, er ist total begeistert. Und das Mousse hält halt wirklich, was es verspricht. Also ich habe das heute auch wieder benutzt. Und meine Haare sind eigentlich so platt. Und durch dieses Mousse seht ihr, dass das hier so dieses Volumen hat. Und es bleibt den ganzen Tag. Auch morgen wird es sogar noch mehr sein. Und ich gebe das auch mal so ein bisschen hier in die Längen. Das heißt, dass die Haare dann auch hier in den Längen so super fluffig fallen und so ein gewisses Volumen haben. Und es hält halt. Und ich finde, viele Mousse-Produkte erstens fühle ich in den Haaren. Und das fühle ich halt wirklich kaum bis gar nicht in den Haaren, weil es sehr, sehr leicht ist. Also auch da wieder super geeignet für feine Haare. Da dachte ich ja immer sehr drauf. Und gleichzeitig hält es aber. Und viele Produkte spüre ich zwar in den Haaren, aber ich sehe nicht wirklich den Effekt oder nur kurz. Und deswegen liebe ich das sehr. Und das ist jetzt alle gegangen. Hat aber echt lange gehalten. Dann habe ich aufgebraucht, auch von Kerastase aus der Nutritiv-Reihe, das Beautifying Detangling Blow Dry Mist for Dry Hair Fine to Medium. Und ich habe euch schon viele Male erzählt, dass Leave-In Conditioner bei meinen Haaren den krassesten Effekt und Unterschied gemacht hat. Das habe ich halt auch einfach nicht benutzt. Und es macht einfach so einen Riesenunterschied. Achtet bitte darauf, dass der Leave-In Conditioner sowohl dafür gemacht ist, dass die Haare irgendwie, dass man die gut kämmen kann, dass ihr Glanz in die Haare bekommt und auch so ein bisschen der Friss weggeht. Ja, das macht das alles. Aber es gibt auch viele mit Hitzeschutz. Und das ist der springende Punkt. Benutzt auch genug, dass auch wirklich das Haar überall benetzt ist. Aber natürlich nicht zu viel, damit es nicht in den Haaren so bemerkt. Und dann wirklich, verspreche ich euch, wird es so einen Unterschied machen. Das hier mag ich sehr gerne. Die Reihe gibt es ja schon sehr lange, aber die haben jetzt quasi nochmal so einen Relaunch gehabt. Und dieses Produkt ist einfach so fein. Ich mag einfach beim Leave-In Conditioner, wenn der in so einer Sprühform kommt. Der ist dann einfach dünner als so eine Creme. Und das ist für meine feinen Haare einfach viel besser geeignet. Und der jetzt auch nochmal im Speziellen ist wirklich sehr, sehr fein. Man merkt das nicht so in den Haaren. Und ich kann davon genug auftragen. Damit das funktioniert. Und danach föhne ich dann meine Haare. Und ja, Leave-In Conditioner ist, glaube ich, bei meinen Haarprodukten wirklich das, was immer am schnellsten alle geht. Obwohl ich sagen muss, dass seitdem ich dieses Produkt benutze, ich denke, das wird auch regelmäßig in meinen Aufgebraucht-Videos zu sehen sein. Und zwar ist das aus der gleichen Reihe, auch von Kerastase, aus der Nutritiv-Reihe, das 8-Hour-Magic-Night-Serum mit Plant-Based-Proteins und Niaciamiden. Und das kommt in so einem Glastiegel, auch mit Pumpspender. Und das ist so ein Produkt, was ich wirklich jeden Tag irgendwie benutze. Also wenn meine Haare nach dem Styling sich so ein bisschen glanzlos, also ein bisschen glanzlos aussehen oder sich ein bisschen stumpf anfühlen, gebe ich davon ein bisschen in die Haare. Also verreibt es in den Händen, gibt es ein bisschen in die Haare, die bekommen sofort Glanz und es ist aber nicht so dick, weil das ist ein, ja auch ein Leave-In-Produkt. Und ich finde da diese Öle und anderen Produkte, Lotions, sind oft zu schwer auch wieder für meine Haare und das merke ich total und dann halten auch meine Hairstyles überhaupt nicht. Und das hier kommt da nicht dazwischen. Es funktioniert einfach, aber trotzdem bleiben meine Wellen erhalten. Ich benutze es aber auch sehr gerne vor der Haarwäsche, wie so ein Pre-Shampoo-Treatment. Dann gebe ich mir einige Pumpstöße in die Haare, verteile das richtig so ab den Längen und dann lasse ich das mindestens 30 Minuten einwirken und dann wasche ich meine Haare. Und ich finde, das macht auch nochmal so einen Unterschied. Die Haare sind danach richtig geschmeidig und seidig. Ich habe, seitdem ich das benutze, nochmal einen richtig großen Unterschied bemerkt. Deswegen, ja ich weiß nicht, wie ihr das sehen könnt, aber ist es auf jeden Fall alle. Ich finde übrigens auch diese Flasche ist wunderschön. Machen wir weiter mit Körperprodukten. Da habe ich einmal ein paar Handseifen alle gemacht. Das ist von Victoria's Secret, Pomegranate and Lotus. Und davon hatten wir einige da, weil die waren in so einem Riesensale. Ich glaube, das hat irgendwie, weiß ich nicht, vier, fünf Euro gekostet. Es gibt andere Gerüche, die ich mehr mag. Das ist so ein typischer, fruchtig, glumiger, frischer Duft. Aber ich glaube, das ist halt einer, da kann man nichts mit falsch machen, hat so eine leichte Kaugumminote. Also macht auf jeden Fall Spaß, sich damit die Hände zu waschen. Aber ich würde mir, glaube ich, das nächste Mal eine andere Duftrichtung bestellen. Dann war ich auf einer Taufe und da hatte eine ganz liebe Frau ein Parfum drauf. Und das war quasi das hier. Nur ist das die Handseife dazu. Und zwar ein absoluter Klassiker von Tesori d'Oriente. Ich denke, das ist eine italienische Marke, ja. Und das ist Muschio Bianco, weißer Moschus. Davon gibt es alles. Ich glaube, davon gibt es Deo und Parfum und eben auch Handseife. Und ich dachte, ach cool, ich weiß nicht, ob ich ein ganzes Parfum nur mit so einem klassischen, dominanten Moschus tragen würde. Aber die Handseife dazu wollte ich zumindest ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist schon sehr intensiv. Also für eine Handseife ist der Geruch sehr intensiv. Die Hände riechen danach wirklich danach. Habe ich bei Müller übrigens gekauft. War auch nicht allzu teuer. Und ich finde, es sieht auch echt hübsch aus. Also wenn ihr mal was anderes haben wollt, so riecht keine andere Handseife. Dann habe ich meine Lippenpflege aufgebraucht. Das ist von Laneige, die Lip Sleeping Mask. Vanilla, mein liebster Geruch. Das ist einfach so eine tolle Lippenmaske. Die geht tagsüber, die geht nachts. Ich habe die in tausend verschiedenen Geschmacks- und Geruchsrichtungen. Und Vanilla ist mein Favorit. Auch weil die nicht so gefärbt ist. Andere sind so leicht gefärbt. Habe ich dann, nachdem ich sie gekauft hatte, bemerkt. Das ist einfach ultra pflegend. Also wenn ihr wirklich was haben wollt, was die Lippen richtig pflegt und einen tollen Glanz gibt, probiert das bitte aus. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht. Das habt ihr mir empfohlen. Und ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Das funktioniert richtig gut. Das ist von Nivea Dry Comfort 72 Stunden Antitranspirant. Und das ist ohne Alkohol. Und ich muss sagen, also das fand ich richtig, richtig gut. Es riecht sehr frisch. Typisch nach Nivea. Riecht eigentlich ein bisschen wie Nivea Creme. Ich liebe den Geruch. Ja. Sehr frisch. Geht einem nicht auf die Nerven. Und es hält einfach, was es verspricht. Also das war wirklich ein Deo. Wenn es richtig heiß ist und nichts anderes mehr funktioniert, habe ich das rausgeholt. Und auch schon nachgekauft. Dann habe ich ein Duschpeeling. Ich benutze Duschpeeling nicht immer, aber immer öfter. Ab und zu mal. Aber ihr seht, das stand sehr lange in meiner Dusche. Das ist Mama Mia von Lush. Und das ist mit... Womit ist es denn? Weiß ich gar nicht. Steht gar nicht da. Pink Grapefruit. Und Steinsalz, Rosenholz, Bekkamotche, Vanille. Ja. Also es riecht und sieht auf jeden Fall aus wie Barbie. Also es riecht krass nach Kaugummi. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie was sieht ein bisschen. Es war Neon Pink. Also ihr müsst euch darauf einstellen, bei diesen Lush Peelings. Die Dusche ist danach eingefärbt. Und ihr müsst es sofort wegmachen. Aber an sich von der Formulierung finde ich die richtig toll. Weil die funktionieren. Das sind richtige Peelings. Weil ich möchte ein Peeling benutzen, damit es peelt. Und das macht es. Gleichzeitig ist es aber super nährend mit ganz viel Ölen drin. Und der Geruch ist auf jeden Fall auch einer, den man mögen muss. Und das ist auch keiner, den ich jeden Tag riechen wollen würde. Aber es ist halt was ganz Besonderes. Und ich kaufe die eigentlich immer nach, weil ich diese Dusch Peelings einfach, ich finde die cool. Und die funktionieren halt im Gegensatz zu vielen, zum Beispiel aus der Drogerie, viel, viel besser. Das hier zum Beispiel ist eins. Das ist von Treckle Moon. Das intensive Körper Peeling. Das ist eben nicht so gut funktionierend. Und das hier ist ein Meersalz, also Steinsalz Peeling. Und das hier hat jetzt, glaube ich, nur mit Aprikosenkern funktioniert. Und ich glaube, das soll ja eigentlich nicht so gut sein für die Haut, weil es einfach zu scharf quasi ist. Allerdings fand ich, dass da so viel Creme quasi, also viel mehr Creme drin war als Peeling, dass ich das jetzt gar nicht so bemerkt habe. Es war aber eine okay Peeling-Wirkung. Da gibt es viele in der Drogerie, die weniger gut funktionieren. Und vor allem, das ist jetzt Endless Summer. Das riecht eine Mischung aus Molecule O2 und Light Blue von Dolce & Gabbana. Also das riecht so gut, total unisex, frisch und leicht fruchtig und ein bisschen holzig. Fand ich richtig toll. Das Einzige ist, das hier hat Monate gehalten, Minimum. Und das hier war nach ein paar Wochen schon alle. Also davon habe ich wirklich wesentlich mehr benutzt. Dann habe ich ein paar Körperpflegen aufgebraucht. Ich bin ja jetzt im Körperpflege-Wahn und creme meinen Körper endlich nach Jahrzehnten täglich ein. Und meine Haut dankt es mir auf jeden Fall auch. Das ist von Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar. Und das haben die nochmal, ich glaube die bringen das andauernd nochmal neu raus, formulieren das nochmal neu und so. Das ist jetzt die neueste Formulierung. Und Leute, das ist übrigens die Body Cream. Es gibt auch immer Body Lotions. Die Body Cream ist richtig reichhaltig bei Bath & Body Works. Perfekt, wenn ihr trockene Haut habt oder im Kerbswinter. Das riecht so lecker nach einer Luxus-Vanille-Creme. Also wirklich cremig, fluffig, leicht, luxuriös. Nicht zu pudrig, nicht zu süß. Also wirklich ganz toll. Und ist auch eine ganz, ganz tolle Basis für die verschiedensten Parfums, die ihr dann drüber auftragt. Also ich bin begeistert. Und jetzt im Sommer benutze ich noch mehr die Victoria's Secret Lotions, weil die einfach viel leichter sind. Und ich finde, die haben auch irgendwie spannendere Sommerdüfte. Das ist jetzt Bellini on the Breeze. Das war auch einer von denen, die ich im Sale gekauft habe mit Island Peach und Ice Hibiscus. Und das ist einfach so ein ganz klassischer Sommerduft. Der ist cremig, der ist blumig, der ist total fruchtig. Der ist nicht so offensiv. Man riecht ihn aber trotzdem. Ich finde auch die Verpackung total hübsch. Und ich habe davon noch einige. Also nicht von dem, aber von Victoria's Secret einige zu Hause und wechsle mich dann immer täglich ab. Je nachdem, worauf ich gerade so Lust habe. Aber den hatte ich auch mit, als wir unterwegs waren. Deswegen war das dann schnell alle. Das letzte Körperprodukt, und dann sind wir beim Gesicht gleich angelangt, ist ein Mini-Deo. Das hatte ich vor Jahren mal in den USA gekauft, aber aufgehoben für Reisen. Und es ist jetzt ausgetrocknet. Das ist von Secret Powder Fresh Antiperspirant. Und das roch ganz krass nach Babypuder. Also es riecht wirklich original nach Babypuder. Und ich muss sagen, diese Secret-Deos, die funktionieren so krass. Also in der Drogerie in Deutschland habe ich oft Probleme mit so Deos, die eigentlich super strong und weiß ich nicht, was sein sollen. Und ich habe das Gefühl, das sind sie gar nicht. Und dann denke ich mir, kann ich auch ein Aluminium-freies Deo benutzen? Funktioniert genauso gut. Bei dem hier habe ich wirklich einen Unterschied gemerkt. Und wie gesagt, jetzt auch bei dem hier. Aber so davor habe ich echt immer aus den USA oder UK mir Deos mitgebracht, weil die einfach besser funktioniert haben. Okay, und jetzt als letztes Gesichtsprodukte. Es sind einige, ich versuche schnell zu machen. Aber ich kann sagen, ich glaube, kein Zerprodukt fand ich schlecht. Fangen wir an mit einem Reiniger. Das ist von Clinique. Redness Solutions Soothing Cleanser mit probiotischer Technologie. Der ist toll. Der ist richtig, richtig toll. Den habe ich lange gehabt. Wirklich sehr, sehr lange gehabt. Der hat ewig gehalten. Fühlt sich richtig cremig auf der Haut an. Luxuriös. Der brennt nicht in den Augen. Ich vertrage den gut. Der ist pflegend, ist als Double Cleanser abends super. Aber auch für morgens, wenn man das Gesicht mit einem Reiniger reinigen möchte. Ganz, ganz toll. Und den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann machen wir doch gleich weiter mit Clinique. Ich habe dieses Serum von Moisture Surge aufgebraucht. Hydrating Supercharged Concentrate. Das waren so kleine Perlen. Da muss ich sagen, ich mag es. Ich würde es aber nicht nachkaufen. Ich finde, es ist ein sehr basic Serum. Also, wenn ihr nichts Bestimmtes haben wollt und einfach nur Feuchtigkeit haben möchtet, ist das toll. Ich vertrage das Gutes Tolle. Daran ist es parfumfrei im Gegensatz zu vielen Serien, zum Beispiel aus der Drogerie. Aber von der Wirkung finde ich, dass die Drogerie Serien mittlerweile da auch gut mithalten können. Die sind halt nur meistens stärker beduftet. Deswegen habe ich da ein bisschen Abstand von genommen und das vertrage ich da einfach besser. Aber an sich gibt es Serien, sage ich euch auch gleich noch, die einfach so ein bisschen potenter sind. Dann haben Pablo und ich zusammen eine Magic Cream aufgebraucht von Charlotte Tilbury. Also, hier ist wirklich nichts mehr drin. Die riecht nach Nivea-Creme und Babypuder zusammen gemischt. Die riecht unglaublich gut. Die ist unglaublich reichhaltig. Auch ein bisschen dicker von der Konsistenz. Ist für mich wirklich eher was für Herbst-Winter. Ist aber auch, wenn ihr es dünn auftragt, eine tolle Basis unter Make-up. Schenkt euch ein Glow. Ich vertrage die super. Die schenkt einfach so viel Feuchtigkeit. Nährt die Haut. Schenkt Glow. Also, ist nicht günstig. Aber ich benutze die wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren. Pablo auch. Und er ist auch total begeistert, weil er viele Cremes nicht verträgt. Und da merkt er wirklich einen Unterschied und die Haut ist dann auch wirklich so ein bisschen praller und sieht glatter aus. Dann habe ich, wo habe ich das eigentlich gekauft? Ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwo habe ich das, vielleicht in einem Sale im Haushalt oder so, gekauft von REN. Revitalizing Night Cream. Ich brauchte irgendwie neue Creme, weiß ich. Ich war auf Reisen und habe dann die mitgenommen. Und die kommt im Pumpspender und die mag ich sehr gerne. Ich finde, REN ist eine Marke, die benutze ich Minimum zehn Jahre. Ich vertrage die Produkte sehr, sehr gut. Die funktionieren für mich oft. Das war jetzt so eine Nachtcreme, die auch für Leute geeignet ist, eher mit normaler oder Mischhaut. Zwar reich halte ich das, aber nicht so extrem schwer wie jetzt zum Beispiel diese Magic Cream. Und ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt beduftet war. Ich habe das Gefühl, die war nicht beduftet. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn, dann sehr, sehr wenig. Ist übrigens vegan. Clean to skin. Clean to planet. und hat mich jetzt aber nicht aus den Socken gehauen, dass ich die jetzt sofort nachkaufen würde. Aber ich würde mich sehr freuen, hätte ich jetzt noch ein Fläschchen davon zu Hause. Dann habe ich zwei hiervon alle gemacht. Das ist das Lancome Rennergy HCF Triple Serum mit Hyaluronsäure, Neaziamiden und Ferulic Acid. Und das meine ich mit einem potenten Serum. Ich kenne kein Serum, was für mich das Gleiche macht, weil da eben so viel Verschiedenes drin ist. Also erstens, ich vertrage es super. Es schenkt Feuchtigkeit. Es hat so eine etwas dickere Konsistenz als so ein super wässriges Serum. Es gibt ein Megaglow. Es ebnet meine Haut irgendwie aus. Also das macht vieles auf einmal. Und ich merke einfach, wenn ich es nicht benutze, einen totalen Unterschied in meiner Haut. Und deswegen nicht mehr aus meiner Routine wegzudenken. Genauso wie Paula's Choice Exfoliate 2% VHA Liquid Exfoliant. Und super gehypt. Zu Recht. Ich habe das lange nicht benutzt, weil ich irgendwie nicht genau wusste, brauche ich das? Weiß ich nicht. Aber ja, brauche ich. Und auch da merke ich total den Unterschied, wenn ich das nicht benutze. Das ist mit Salicylsäure. Und hier steht an Clocks and Shrinks and Large Pores. Smooth and Even Skin Tone. Und ich kann sagen, ja. Also ich habe hier an der Nase immer so diese Unreinheiten, die dann eben die Haut so unebenmäßig machen. Und wenn ich das benutze, ist meine Haut hier immer richtig, richtig glatt. Als hätte man da sowieso glatt poliert quasi. Und das funktioniert einfach so gut. Das ist aber trotzdem sehr, sehr leicht und leicht verträglich. Und nicht so super extrem. Dass das jetzt brennt oder so. Überhaupt nicht. Das ist wirklich was, was ich jeden Tag benutzen kann. Und tue ich auch. Also ich benutze es vor allem in der T-Zone. Und mit dem Rest gehe ich dann über das ganze Gesicht. Und ich merke einfach einen totalen Unterschied. Bei dem Produkt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das einen Platz in meiner täglichen Routine finden wird. Und zwar ist das von No Makeup der 120-Hour Liquid Hydrator in Kollaboration mit dem Leon von Ex Skin Care. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, er hat einige Produkte mit einigen Marken mittlerweile rausgebracht. Und ich finde, er leistet ganz, ganz tolle Arbeit. Wenn es um die Aufklärung geht, was Inhaltsstoffe angeht und Pflegeprodukte und generell auch Produktempfehlungen. Und ich glaube, wenn ihr Haut habt, die oft aufgeregt ist oder zu Unreinheiten Akne neigt, ist das ein tolles Produkt. Das ist einfach etwas, das ihr als ersten Schritt quasi nach der Reinigung auftragt. Und was euch so eine leichte Feuchtigkeit gibt und in dem Fall jetzt mit 5% Panthenol auch die Haut sehr beruhigt. Ich brauche das nicht unbedingt. Und da habe ich einfach andere, gerade auch Essences, die nochmal mehr machen, wo ich für meine Haut dann eher den Effekt sehe und die Wirkung sehe, die ich benötige. Weshalb ich das jetzt aufgebraucht habe. Und ich glaube, sollte meine Haut irgendwie vielleicht wieder eine Phase haben, wo sie so ein bisschen aufgeregter ist und beruhigt werden muss, ist das auf jeden Fall was, was ich mir nochmal anschaffen würde. Aber jetzt gerade sehe ich es nicht so in meiner Routine. Und dann habe ich den Physicians Formula The Perfect Matcha 3-in-1 Melting Cleansing Balm aufgebraucht. Das hatte ich mir mal gekauft als Dupe zu dem Pharmacy Cleansing Balm. Und ich muss auch sagen, dass die sich relativ ähnlich sind. Und die sind beide gut. Das hier ist halt wesentlich günstiger. Von der Konsistenz sind die sich ähnlich. Ich brauche davon sehr viel Produkt von beiden Produkten, um mein Make-up abzubekommen. Ich finde einfach, dass andere Produkte, mein Clinique Cleansing Balm, der Transparent Lab Oil Cleanser oder auch der Ordinary Cleanser, den ich gerade benutze, der Squalane Cleanser, die funktionieren einfach mit weniger Produkt schneller, effektiver. Und da musste ich einfach zu viel arbeiten. Das ging mir einfach nicht schnell genug, nicht wirkungsvoll genug. Plus war hier auch eine Beduftung drin. Und gerade beim Reinigungsbalsam brauche ich das jetzt wirklich nicht. Dann wollte ich euch zeigen, habe ich das mir aus Korea mitgebracht. Dort gibt es das oft einfach kostenlos, wenn ihr in den Laden geht, quasi so. Hey, danke, dass du in den Laden gekommen bist. Und ich habe über die Jahre so viele davon gesammelt. Das ist von Skinfood, sind das die Wattepads. Eigentlich hätte ich mal einen aufbewahren müssen. Aber ich sage euch, diese japanischen und in dem Fall koreanischen Wattepads sind so viel besser als die, die man hier so bekommt. Die sind oft richtig abgenäht, die sind schön dünn, die nehmen Produkt besser auf und es sofort durchgeht. Und die funktionieren einfach besser. Und das war meine letzte Packung. Mir fällt gerade auf, ich habe noch ein Parfum, was ich euch noch zeigen muss, was ich aufgebraucht habe. Yay. Aber letztes Skincare-Produkt, Clinique Turnaround Overnight Revitalizing Moisturizer. Das ist auch ein Produkt, was Pablo und ich zusammen aufgebraucht haben. Auch wieder parfumfrei. Und das hat sich Pablo, ich glaube, jetzt schon zum dritten Mal nachgekauft. Der ist auch absolut überzeugt von Clinique und der Wirkung. Und das ist ein Produkt, was er tatsächlich eher im fröhlichen Sommer benutzt. Auch wenn hier steht Revitalizing Moisturizer und Overnight. Er benutzt das aber auch tagsüber. Und das ist einfach im Gegensatz zu der Magic Cream leichter, dennoch aber reichhaltig. Und das ist quasi so die Creme für tagsüber und das andere eher für abends. Okay, und dann das Parfum, was ich aufgebraucht habe. Das ist von Maison Louis-Marie. Und ich muss mir dringend mal ein Discovery-Set von der Marke bestellen, wenn es das gibt. Oder auf jeden Fall die anderen Produkte ausprobieren, weil das Parfum ist eins meiner absoluten Signatures. Oh mein Gott, es riecht einfach so gut. Und wenn ihr Santal 33 von Le Labo kennt oder liebt oder vielleicht an sich die Idee mögt, aber da irgendwas ein bisschen zu scharf vielleicht für euch ist, nicht ganz so rund und geschmeidig und so weiter riecht, schaut euch bitte an Bois de Balancourt. Das war jetzt ein Set bestehend aus Parfum und Parfumöl. Und ich habe jetzt das Parfum aufgebraucht und ich muss mir auf jeden Fall das in groß nachkaufen. Von dem Öl habe ich noch ein bisschen was. Das ist würzig, das ist holzig, das ist gleichzeitig frisch, das ist leicht cremig. Es hat eine leichte Blumigkeit. Da ist drin Sandelholz, was den Duft einfach unglaublich cremig macht, Zedernholz, Muskat, Vetiver, Zimt. Man merkt auch diese Würzigkeit. Amberholz. Aber hier ist auf jeden Fall auch etwas sehr Frisches mit drin. Weshalb das ein Duft ist, den man auch im Frühling sehr, sehr gut tragen kann, den man auch im Herbst tragen kann, wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Ich finde Muskat, Vetiver, Zimt, das klingt so nach Weihnachten, aber es ist einfach nur ein würziger Duft. Sowas wie Kardamom, aber Kardamom kann ja auch in sehr frischen Düften drin sein und ich finde auch, das riecht so ein bisschen nach Kardamom und Nelken, auf jeden Fall. Es ist einfach so verführerisch, super sexy. Im Gegensatz zu Santal 33 ist dieser Duft einfach runder, geschmeidiger. Eckt nicht so an, hat nicht die extreme Performance und ist nicht so laut wie Santal 33, aber das finde ich in dem Fall auch gut, weil der Duft ist mir oft einfach zu krass. Und den kann ich auch wirklich eher so an sehr kalten, reglerischen Tagen tragen, während ich den hier wirklich eigentlich außer im krassesten Sommer jetzt immer tragen kann und auch immer trage. Ich liebe den sehr. Das waren alle Produkte, die ich in den letzten Monaten aufgebraucht habe. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Bis dann!